Wer ist der beste YouTuber für Mathe-Videos? Lehrer Schmidt. Hä? Hallo, wer bist du denn? Schön, dich kennenzulernen. Wie heißt du? Aurelia. Aurelia, du bist Schülerin. Die Schülerin weiß das, das ist unsere Marktforschung. Lehrer Schmidt für dich auch? Lehrer Schmidt. Aurelia, und hat dir der Lehrer Schmidt mit YouTube schon mal geholfen? Ja. Und wenn du den vergleichst, den Lehrer Schmidt mit dem Lehrer, den du jeden zweiten Tag im Unterricht, wenn der so... Wo sind die Mathelehrer? Komm, werdet euch, werdet euch, wo seid ihr? Komm, Luft, komm, 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 komm.